Wenn Teenager träumen, Peter Kraus, ihr benötigt folgende Akkorde. C, C7, O-Moll, A, D-Moll, D, D7, G, G7, H-Moll, E-Moll, und F. Für die Rhythmik der rechten Hand schlage ich euch folgendes Rhythmusmuster vor, und zwar immer zählt ihr 2 mal bis 3, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt zeige ich euch, was ihr bei diesen Zählzeiten macht. Wenn ihr das erste Mal bis 3 zählt, spielt ihr, nehmen wir uns einfach mal einen Akkord, C zum Beispiel, damit geht es dann auch los. Spielt ihr bei 1 Abwärtsschlag, bei 2 macht ihr nichts und bei 3 macht ihr auch nichts. Beim zweiten Mal, wenn ihr bis 3 zählt, macht ihr bei 1 einen Abwärtsschlag, bei 2 macht ihr nichts und bei 3 einen Aufwärtsschlag. Ok, mal langsam, C. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Okay, ich versuche diese Rhythmik mal zu spielen, klingt sehr gut damit. Es beginnt, wie gesagt, mit C. Teenager Träume, es küsst sie einmal, das ist für sie schöner, als der schönste Roman. Noch schöner als Kino und heiße Musik, denn Teenager träumen so gerne vom Glück. Von roten Rosen, vom ersten Glück, von zärtlichen Worten, beim Brunnen. Das scheint heute genauso, wie früher zu sein, wenn die rechte Träumen große Damen zu sein. Musik Das ist für sie schöner, als der schönste Roman. Noch schöner als Kino und heiße Musik, denn Teenager träumen so gerne vom Glück. Wenn Teenager träumen so gerne vom Glück. Wenn Teenager träumen so gerne vom Glück. Musik 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 Musik